Wir sind hier in der Ausstellung im Augenblick Fotografien von Fred Stein. Und das Besondere an Fred Stein ist, dass man viele seiner Fotografien kennt, aber nicht unbedingt ihn als Fotografen. Wenn wir hier zum Beispiel diese zwei Porträts betrachten, Hannah Arendt und Albert Einstein, da kommt dann die Reaktion, ja natürlich die Motive kenne ich, aber wer hat da denn fotografiert? Fred Stein als Name ist mehr oder weniger unbekannt und das möchten wir jetzt ändern. Wir zeigen diese Ausstellung als Retrospektive erstmalig in Deutschland. Hier sehen wir Fred Stein, eine Porträtaufnahme von 1935. Diese Aufnahme zeigt ihn mit der Leica. Die Leica haben sich Lilo Stein, die Ehefrau von Fred Stein und Fred Stein, zusammen in Dresden gemeinsam geschenkt. Und diese Leica gab den entscheidenden Puls. Ihr Lebensweg entschied sich damit und ab 1933 entstand die Fotografie von Fred Stein in Paris und anschließend auch in New York, beides die Städten seiner Emigration. Die Ausstellung trägt den Titel Im Augenblick. Und dieses Im Augenblick hat für uns zwei Bedeutungen. Zum einen besaß Fred Stein die Gabe, wirklich im entscheidenden Moment den Auslöser zu drücken. Und zum anderen entstanden seine Fotografien unmittelbar, ohne Vorbereitung, ohne große Inszenierung und ohne nachträgliche Retuschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017